Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Hilfspaket anzunehmen bei Bavalin Flame. In Heilsturz, an dieser Stelle im Gebäude drinnen. So, mal schauen, wo wir hin müssen. Anscheinend in diese Richtung. Zu Sofjeta. Okay, wir müssen zu Sofjeta. Oder heißt es vielleicht Sofjeta? Hmm. Schade, dass wir sie nicht fragen können, wie sie ihr Name ausgesprochen haben will. Aha, hier müssen wir hin. West ist abzugeben bei Sofjeta Lean Flame. In Heilsturz, an dieser Stelle. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach Video positiv bewerten und oder meinen Kanal abonnieren. Blende euch auch hierfür hier in der Mitte so einen Abonnier-Knopf ein. Und in den Kommentaren gibt es den Link zu meinem Twitch-Kanal. Werbekur, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.